halter falter hier es war knapp was sieht er denn jetzt oder was macht er ich meine da hast du kein lkw mehr das ging immer ja hast schon weißt du noch weißt du noch mit dem lkw ging es einfach ja ja das ging schon so auch immer jetzt ich fahre mal auf die seite seid ihr hinten weg nicht dass ich euch noch über den haufen fahrt jetzt ja achtung ich sitze zurück nicht mal mein zeug hier ok servus gute nacht was ein schreck hier ja 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 Oh Gott, der Weg ist schon wieder eh. Oh, ich muss mal bei der Schafel reingucken. Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen sauber machen. Der Ladewagen steht da, gut, dann kippe ich gerade mal den Kalk ab. Da ist ein Frontlager dran, ich glaube ja. Oh Gott, das ist schön. Oh Gott. Ja, das ist gut. Sound. Dann fahre ich den Dinger da gleich wieder runter zum Landhansel und dann hoffe ich mal, dass meine Felder vielleicht schon bereit sind. Das wäre optimal und dann werde ich die verkaufen auf, was hat der Strombel gesagt, Felderkauf 24 oder so, aber wirkaufeneurefelder.de, ich glaube irgendwie sowas ganz komisches war das. Du, du, du. Ja, Kalk habe ich auf jeden Fall jetzt die nächsten Jahrhunderte genug für meine Felder. So früh immer arbeiten her. Von nix kommt nix, gell? Aber die haben schon wieder zu. Ja, da kommt er schon. Ist ja perfekt. Hallo. Hallo. Äh, den Anhänger können Sie einmal da stehen lassen, ich habe den Auftrag. Wo stehen lassen? Ja, kurz stehen lassen, oder ich nehme einfach, ich kann auch alles stehen lassen, ich nehme einen Trecker. Ja, okay. Lassen Sie das da stehen. Jo, mach ich. Tschüss. Tschüss. Hallo. 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 Ja, genau. Jürgen. Äh, ähm, bist du noch in der Werkstatt irgendwo? Der Werkstatt? Ja. Okay. Okay. Na, dann fahre ich mal zum Hans-Peter, mal gucken, ob der mir die Reifen wechseln kann. Okay. Okay, gut. Danke erstmal. Tschüss. 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 Ah, ne, Moment, ich wollte doch nochmal in den Feldern gucken. Hm, das baue noch ein bisschen. Ja, vielleicht ist das andere Feld schon bereit. Ah, der Herr Müller. Herr Müller. Ja? Kannst du mal stehen. Bin extra ausgestiegen wegen ihm. Äh, hat alles geklappt? Ja, ich bin soweit jetzt erstmal mit 67 fertig. Muss jetzt erstmal nochmal auffüllen und dann mach ich Feld 69 auch. Ah, muss man da auch? Ja. Da steht auch ein bisschen Unkraut. Okay. Gut. Ähm, okay, gut. Danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Ich meld mich dann auch gleich noch mit dem Preis wegen Ihnen. Jo, bitte. Tschau. Bei Ihnen wegen dem Preis. Jo. Tschau. Nee, fährt er einfach wieder davon. Okay. Gut, aber dann. Ja, stimmt ja. Aber die Ernte sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn wir mal in den Boden gucken. Guck. Was hab ich denn da? Sojabohnen. Eigentlich müsste ich nochmal düngen. Ich glaub, das kann ich mir dann nicht mehr leisten. Aber ist egal. Ich muss da nochmal drüber düngen. Weil ich ja mehr, mehr Ernte. Vielleicht reicht die Zeit ja noch. So, wir hatten ja den Kalkstreuer, den Düngerstreuer hingepackt. Wo ist das? Ey, machen die ja einfach Bordsteine auf den Weg. Moment, Moment, Moment. Ich muss den abfangen. Herr Müller, ich bin's nochmal. Ja, was gibt's? Äh, haben Sie nochmal einen Düngelstreuer? Düngelstreuer müsste ich auch grad nachgucken, ob wir noch eins... Haben wir vorher nicht gesehen. Ich fahr mal vor. Ja. Müssen wir nicht laufen. Ich hab nix gesehen. Hier steht nix. Ah, da steht er. Ich glaub da ist er. Ich glaub hier steht er. Ja. Gut, dann nehmen sie ihn einfach grad. Ah, jetzt Tor geht auf. Ja, da ist er. Okay, danke. Bitte. So, gut, perfekt. Das weiß ich, das sind schon wieder 1400 Euro, die uns da flöten gehen. 1.000 Dünger, 1400 Euro. Hallo? Oh, Volker. Jo. Hast du Stroh? Nee. Warum brauchst denn du Stroh? Hö. Also nicht genug im Kopf. Nee. Nicht? Auch. Stroh im Kopf, mein ich. Ja, ja, hab ich. Ja, also brauchst du doch kein Stroh mehr. Nee, ähm... Nee, hab ich leider nicht. Zu nahe Zukunft irgendwas? Äh, nee, ich hab oben noch zwei Felder Soja. Warte, weil ich brauch nämlich unbedingt... Aber warte mal. Ich könnte dir vielleicht das Soja verkaufen, wenn die schon ne ähm... Ich weiß nicht, ob der Landhandel schon die Produktion für Dings da hat. Für Mischfutter. Da soll sie eine neue Produktion im Prospekt geben. Okay. Also da kann man, glaub ich, Soja zum Mischfutter verarbeiten. Ja, Mischfutter ist gar kein Ding. Ach so. Ich brauch halt Stroh. Nee. Sieht schlecht aus. Warum? Deine Verbindung ist heute nicht so gut. Deine. 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 Ich verstehe immer nur die Hälfte. Jetzt besser. Ja, jetzt ist viel besser. Ja. Ich hab das Funkgerät mal ein bisschen näher rausgezogen. Du hast mich angerufen. Ja. Ich hab das am Funk fest. Das Handy. Ach so. Hab ich auch am Funk weitergeläutet. Ach so. Naja. Ja. Und bei dir läuft alles? Ja. Neuer Mitarbeiter. Wo hast du denn überhaupt den Kuhstall hingebaut? Oh man, die Kiesgrube. Ah. Da war ich schon ewig nicht mehr. Ah. Er lässt mich auch nicht ein. Einiges verändert. Aber wenn du Zeit hast, kannst du mal hochkommen. Ach ja. Jetzt, wenn ich nachfrag. Sonst nicht. Ja, wir sind momentan große Hallen da oben am Bauen. Okay. Oh gut. Ja. Ich guck mal. Wenn ich die Tage Zeit hab. Oder so. Warte mal. So eine halbe Stunde vielleicht. Schau ich vielleicht mal hoch. Okay. So um 8.30 Uhr. Ja. Das kann passen. Na ja. Muss noch. Hier meine Felder blühen. Ja. Du willst die zwei Felder immer noch nicht haben, oder? Nee. Oh Gott. Okay. Ich biet sie demnächst mal auf. Wir kaufen ihr Felder.de an. Hehehe. Kennst du nicht? Nee. Kenn ich nicht. Das ist eine neue Plattform. Die nervt total mit ihrer Werbung. Okay. Ja. Aber vielleicht geben die mir einen guten Preis. Heißt du, gehst du hin, lässt du wertschätzen und dann kriegst du sofort das Geld. Ah. Okay. Ja. Okay. Aber gut erst mal, gell? Juhu. Tschö. 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 Vielen Dank.